Für uns ist Technik Mittel zum Zweck. Dort, wo sie sinnvoll ist, dort, wo sie didaktische Vorteile bringt, dort, wo sie hilft, Dinge zu vertiefen, ist das sehr spannend. Da kann man sehr viele Dinge tun für künstliche Hochschulen in einem ganz anderen Zusammenhang, als das jetzt hier für die Universität ist, auch mit anderen Inhalten. Aber das wird noch einige Zeit brauchen, bis wir es, glaube ich, schon zu einem sehr sinnvollen Konzept ausgestalten können. Wir haben ja noch eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut Musikinformatik. Da erarbeiten wir einen wunderschönen Werkzeug, einen Interpretationsvergleich für Musik, was später nicht nur für eine HFM sehr sinnvoll ist, auch für die Musikwissenschaft ist. Oder vielleicht auch in der einen oder anderen historischen Betrachtung. Es gibt viel zu tun und gehen Sie davon aus, wir werden noch die nächsten zehn Jahre Spaß damit haben und immer noch nicht fertig sein.